Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Den Nachrichten kann man entnehmen, dass es in der Corona-Krise nicht nur darum geht, ein tückisches Virus zu bekämpfen, sondern einige Wochen nach dem Shutdown merkt man auch, dass die gesellschaftspolitische Diskussion startet um die Rechte des Einzelnen. Und darüber möchte ich im Folgenden mit der FAU-Professorin Anoushe Farahat sprechen. Frau Farahat hat bei uns im Fachbereich Rechtswissenschaften die Professur für öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte inne. Liebe Frau Farahat, ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Ja, Ausgangspunkt vieler Konflikte in den vergangenen Wochen ist die Frage, ob der Staat zugunsten des Rechts auf Leben und Gesundheit andere Grundrechte überhaupt einschränken darf. Darf er das? Ja, also grundsätzlich darf der Staat Grundrechte schon einschränken, vor allem, wenn er andere Verfassungsgüter wie eben das Recht auf Leben oder Gesundheit damit schützen möchte. Allerdings ist es halt so, dass das Recht auf Leben und Gesundheit auch keinen absoluten höherrangigen Schutz als die anderen Grundrechte genießt, wie beispielsweise das Recht auf Bildung oder auf Versammlungsfreiheit oder auch Berufsfreiheit. Also diese anderen Rechte treten jetzt dann nicht automatisch zurück. Und der Staat ist halt, wenn er dann entsprechend reagiert, auch nicht vollkommen frei, alles zu tun, was er tun möchte und nicht frei zu entscheiden, wie stark er da eingreift. Sondern jede Maßnahme braucht eine gesetzliche Grundlage und die muss auch verhältnismäßig sein. Das heißt, die Einschränkung muss in einem angemessenen Verhältnis zu dem Ziel stehen, was mit der Maßnahme dann auch erreicht werden soll und auch erreicht werden kann. Aber bisher stand doch das Social Distancing im Mittelpunkt all unseres Handels. Inzwischen dreht sich das Blatt etwas. Die Älteren und die Kranken und die Risikogruppen sollen zugunsten derer zu Hause bleiben, die ihre Freiheit genießen möchte. Das ist doch ein sehr schwieriger Konflikt, den es hier zu lösen gilt, wenn hier die Interessen Einzelner den Interessen der Mehrheit gegenübergestellt werden. Wie kann man mit diesem Spannungsfeld umgehen? Also das ist, finde ich, eine sehr schwere Frage. Ich würde jetzt auf so einer nicht juristischen Ebene erst mal sagen, ich finde es schon schwierig, überhaupt abzugrenzen, wer denn hier eigentlich die Risikogruppe ist und ob man die wirklich so genau abgrenzen kann, dass man dann sagen kann, die schützen wir und isolieren wir in irgendeiner Weise. Aber Sie fragen mich ja natürlich auch als Juristin und als Juristin finde ich, es ist wichtig zu sehen, dass der Staat bei so einer akuten Krise natürlich schon am Anfang sagen kann, wir gewichten jetzt mal in der akuten Krisenphase dieses Recht auf Leben und Gesundheit besonders hoch und schränken deswegen auch besonders stark Grundrechte ein. Das ändert sich aber, je länger eine solche Krise dauert, weil dann eben auch die anderen Grundrechte wieder stärker in den Vordergrund treten und berücksichtigt werden müssen. Das heißt, der Staat muss sich dann auch aktiv darum bemühen, Maßnahmen zu ergreifen, die das erlauben, diese Grundrechtseingriffe wieder zurückzunehmen und trotzdem Leben und Gesundheit zu schützen. Ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel deutlich. Der Staat muss sich zum Beispiel aktiv auch um den Ausbau von Testkapazitäten oder Intensivbetten oder auch die Entwicklung einer leistungsfähigen und auch datenschutzsicheren App kümmern, damit wir alle dann die Möglichkeit haben eben oder die Bedingungen dafür schaffen, dass wir dann auch die Kontaktbeschränkungen oder Ausgangssperren auch wieder aufheben können. Das ist also immer wichtig zu sehen. Der Staat kann eben nicht nur ein Grundrecht schützen, sondern je länger so eine Krise dauert, desto mehr muss er auch tun, um diese Eingriffe dann auch wieder zurücknehmen. Aber im Moment haben wir auch das Problem hier, ein Balancing vorzunehmen zwischen den unterschiedlichen Grundrechten. Ja, ich meine, anfangs stand ganz klar die Gesundheit im Mittelpunkt. Jeder hat akzeptiert, dass er Einschränkungen in Kauf nehmen muss. Nach zwei Monaten sieht das natürlich schon wieder etwas anders aus und die Menschen sind es auch langsam leid, sage ich mal, sich in Quarantäne zurückzuziehen, sondern sie wollen wieder am Leben teilnehmen. Sie wollen wieder in die Restaurants gehen und die Corona-Krise am besten am besten hinter sich lassen. Und wir sind alle sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen auch entwickeln wird nach den Lockerungen, die wir derzeit erfahren. Eine andere Gruppe, gegenüber der der Staat eine ganz besondere Verantwortung hat, sind Kinder und Jugendliche. Zum Teil gehen die ja schon wieder in die Schule oder in die Kitas, aber viele sind auch noch zu Hause. Welche Rechte haben denn Kinder und Jugendliche aus juristischer Sicht? Also aus juristischer Sicht kann man zunächst mal sagen, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf Bildung haben, das unter anderem neben vielen anderen Verträgen, wo das auch drinsteht, auch schon in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte garantiert ist und das auch in Deutschland anerkannt ist. Und dieses Recht wird eben im Moment doch auf vielfältige Weise durch diese massenhaften Schul- und Kitaschließungen auch zum Teil verletzt. Und das trifft hier natürlich dann besonders die Kinder, die eben auch aus einem Elternhaus kommen, wo, sage ich mal, so ein leistungsfähiger Computer und ein Internetanschluss nicht so leicht zur Verfügung zu stellen ist. Oder halt auch Kinder, die besondere Förderbedürfnisse haben. Also für die ist im Moment, da stößt eben so eine Online-Lehre an ihre Grenzen. Und diese Kinder kommen eben in der Corona-Krise mit ihrem Anspruch auch, auf Bildung zu kurz. Und was natürlich hinzukommt, sind auch die massiven psychischen Belastungen, die durch diese Situation des Homeschooling und auch zum Teil der Isolation gerade bei Kindern auch entstehen. Und ich finde, da sieht man ganz gut, Sie haben eben gesagt, wir müssen da eine Abwägung finden und wir sehnen uns alle wieder nach der Freiheit. Das sieht man, finde ich, an dieser Stelle auch ganz gut, dass die Belastung, die so ein Grundrechtseingriff mit sich bringt, eben auch über die Zeit immer stärker wird. Also man kann eben vielleicht für eine kurze Zeit das verkraften, aber je länger man dieser Situation ausgesetzt ist, desto mehr leidet man dann eben auch unter diesem Grundrechtseingriff. Und das ist eben bei Kindern und Jugendlichen besonders stark der Fall. Aber Sie haben schon angesprochen, es gibt da große Unterschiede, was das Homeschooling angeht, der Kinder zu Hause. Welche Pflichten hat denn da auch der Staat, um sicherzustellen, dass die Ausbildung dann zu Hause erfolgen kann? Oder gibt es da keine rechtlichen Vorgaben dazu? Ja, das ist natürlich schon schwer, jetzt aus einem Recht, oder das ist eigentlich immer eine Schwierigkeit, aus einem Recht eine ganz, ganz konkrete Pflicht, was der Staat jetzt machen muss, abzuleiten. Aber richtig ist sicherlich, dass je länger diese Situation dauert, der Staat umso stärker gewährleisten muss, dass eben wirklich ausreichende Lehrerkapazitäten da sind, um eben die Kinder eben wirklich auch zu beschulen, vielleicht sogar auch das, sage ich mal, technische Equipment auch besser aufzustellen, sowohl an den Schulen als auch für die Schüler, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass Teile dieses Homeschooling auch noch ins nächste Jahr hineingetragen werden. Dann erreicht das eben irgendwann auch ein Punkt, wo der Staat sich auch darum kümmern muss, den Kindern unter Umständen eben auch einfach Tablet oder Computer entsprechend auch zur Verfügung zu stellen, damit dann eben auch Lehre in einem Umfang und in einer Weise erfolgen kann, die nicht einfach nur bedeutet, hier habt ihr ein Arbeitsblatt, kümmert euch mal darum, dass ihr euch das Wissen dazu aneignet. Das ist ja kein Unterricht in dem Sinn. Damit kann man mal zwei Wochen überbrücken, aber sicherlich kein halbes Schuljahr gestalten. Lassen Sie mich ein anderes Thema ansprechen. Bei einem so einschneidenden Ereignis wie der Corona-Krise konzentrieren wir uns ja in aller Regel zunächst auf uns selbst und unternehmen alles zum Schutz unserer eigenen Gesundheit, auch unserer Existenz und unseres Wohlbefindens. Aber es gibt auch Menschen, die viel weniger selbstbestimmt agieren können. Zum Beispiel denke ich hier an Flüchtlinge. Wie wirkt sich denn die Corona-Krise auf diese Menschen aus? Ja, also bei den Flüchtlingen, das ist ja neben den Kindern und Jugendlichen sozusagen die zweite Gruppe, die eben besonders, sage ich mal, ausgeliefert dieser Situation ist, also sehr wenig selbstbestimmt da auch agieren kann. Und das wirkt sich zum Teil sehr drastisch aus und geht zum Teil, finde ich, auch in unseren Debatten ein bisschen unter. Also wenn ich mir zum Beispiel auf den griechischen Inseln diese Flüchtlingscamps angucke, die schon vor der Corona-Krise massiv überfüllt waren und auch wirklich schlimme hygienische Bedingungen dort geherrscht haben, dann ist an so einem Ort ist sowas wie Physical oder Social Distancing, das ist natürlich überhaupt nicht denkbar, wenn ich gleichzeitig jeden Tag in einer ewig langen Schlange stehen muss, um überhaupt Zugang zu Sanitäreinrichtungen zu bekommen und um überhaupt auch Zugang zu meinen Lebensmitteln zu bekommen und sowieso alle auf sehr beengtem Raum in Zelten leben. Da sind also all die Hygienemaßnahmen, die wir so empfehlen, eine sehr theoretische Angelegenheit. Und ironischerweise sind diese Camps halt bisher von dem Virus verschont geblieben, was aber eben vor allen Dingen auch damit zu tun hat, dass man die Bewegungsfreiheit der Flüchtlinge massiv beschnitten hat, also ihnen einfach nicht mehr erlaubt hat, die Camps zu verlassen. Und das ist natürlich keine Dauerlösung, weil das ja auch gegen Menschenrechte wiederum verstößt. Und also das ist so die eine Ebene und die andere ist die, dass die Staaten halt auch, viele Staaten in Europa ihre Grenzen komplett geschlossen haben, auch für Menschen, die Schutz suchen in Europa. Und das ist mit dem Prinzip der Nicht-Zurückweisung, das eben auch ein menschenrechtliches Prinzip ist, nicht zu vereinbaren, weil das eben verlangt, dass die Staaten wirklich in jedem Einzelfall prüfen, ob jemand verfolgt ist und Schutz bedarf. Und dazu muss er halt erst mal irgendwie ankommen können. Und da kann man ja eben dann eben auch von den Staaten verlangen, dass sie mildere Maßnahmen ergreifen, dass sie die Leute zum Beispiel testen oder halt erst mal für 14 Tage in Quarantäne geben, bevor sie dann eben hier auch tatsächlich dann richtig einreisen können, sozusagen für das Verfahren. Jetzt haben Sie die menschenrechtlichen Aspekte angesprochen. Kommen wir nochmal zu den Pflichten. Wie kann man den Staaten in die Pflicht nehmen, sich auch oder gerade in solchen Krisenzeiten um Flüchtlinge zu kümmern? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es haben sich inzwischen schon viele internationale Organisationen geäußert. Der UNHCR, also der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, hat auf die Bedeutung des Flüchtlingsschutzes auch in Zeiten von so einer Pandemie hingewiesen. Auch die Menschenrechtsbeauftragte des Europarats hat sich geäußert. Und auch die EU-Kommission hat verschiedene Empfehlungen ausgesprochen, wie die Staaten Gesundheitsschutz und Flüchtlingsschutz unter einen Hut bringen können. Aber aus meiner Sicht, ich würde mir eigentlich wünschen, sowohl von der EU-Kommission als auch von der Bundesregierung, dass sie doch expliziter auch darauf hinweisen, dass gerade auch in einer solchen Krise, die ja eine globale ist, also eine Pandemie ist ja immer global und trifft uns alle, dass gerade in solchen Zeiten eben wir auch die Bewältigung dieser Krise nicht auf dem Rücken der Schwächsten austragen dürfen und diese zu unserer Schutzverantwortung weiter stehen müssen. Aber am Ende, denke ich, ist es eben auch eine Frage davon, neben der Politik, wie auch zivilgesellschaftliche Akteure reagieren und eben auch dieses Thema in unserer Öffentlichkeit eben auch tragen. Ich meine, Sie haben gerade angesprochen, das ist eine Aufgabe von uns allen. Die Pandemie betrifft uns alle. Das ist keine nationalstaatliche Aufgabe, das Ganze zu bekämpfen und damit umzugehen. Andererseits sehen wir auch, dass es nationale Alleingänge gibt, dass Grenzen geschlossen werden. Alles also Entwicklungen, die wir so vor einigen Monaten nicht für möglich gehalten hätten. Und wir beobachten auch gerade in der Diskussion um einen möglichen Impfstoff gegen Covid-19, dass nationalstaatliche Interessen zum Teil übergeordnet werden. Der Impfstoff wird kommen. Die Frage ist, wann wird er kommen? In welchen Mengen wird der Impfstoff verfügbar sein? Und die USA haben dem Vernehmen nach schon Verträge geschlossen, damit sie exklusiven Zugriff auch auf den Impfstoff haben werden. Besteht Hoffnung, dass die Weltgemeinschaft auch im Umgang mit dem hoffentlich bald verfügbaren Impfstoff eine faire Lösung finden kann? Ja, Hoffnung sollte man ja, finde ich, immer haben. Aber nein, ganz im Ernst. Also der internationale Sozialpakt, an dem jetzt natürlich nicht alle Staaten, aber doch sehr viele Staaten in der Welt auch gebunden sind, der verpflichtet die Staaten, dass sie das Maximum der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen müssen, um tatsächlich soziale Menschenrechte zu schützen. Und dazu gehört eben auch das Recht auf Gesundheit. Das heißt, die Staaten müssen ihre Mittel nutzen, um eben wirklich auch diese Krankheit zu bekämpfen und diesen Impfstoff zu entwickeln. Und sie sind, das ist eine zweite Vorschrift dieses Sozialpaktes auch zur Kooperation untereinander verpflichtet dabei. Und das bedeutet also, es gibt eine menschenrechtliche Pflicht, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diese Krankheit zu kämpfen, aber das in einer Weise zu tun, die dann, dass letztlich dann auch alle Staaten der Welt wirklich davon profitieren können. Inwiefern das dann wirklich politisch auch realisiert wird, das ist natürlich immer noch mal eine zweite Frage. Aber ich denke, auf der rechtlichen Ebene können wir doch ein starkes Argument machen, dass gerade bei so einer Herausforderung es eine Kooperationspflicht zwischen den Staaten gibt und auch eine faire Verteilung gewährleistet sein muss. Ein schönes Schlusswort, eine faire Verteilung des Impfstoffs, der hoffentlich bald kommt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Frau Kollegin Pfarrerhardt, und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank Ihnen auch. Tschüss.